Musik So Leute, herzlich willkommen zum weiteren Facecam Live Commentary Herrschaft auf Drone, diesmal spiele ich mit Non-Lethals Und mit der Waffe, mit welcher Waffe spiele ich? Mit der Fall 2, 1 und los! So, nachdem ich gerade schon meine brisante Sniper-Runde abgeliefert habe, dachte ich mir, bleibst du mal in der Lobby und spielst mal noch ein Röntgen, nimmst das auch nochmal auf und jetzt guck ich mal, was sich hier so ergibt, ich geh mal da oben hin, weil die snipen da eh, weil es so Lappen sind und da haben wir auch schon den ersten und den, alles klar, stirbt nicht, noch einer, noch einer irgendwo, noch einer, noch ein Kandidat, der irgendwie sterben will, nein, 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 weg, 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 da denkst du jetzt auch, du kannst hier jetzt nicht snipen und triffst irgendeinen, ne? Das können aber nur die wenigsten. So, ich, hier hart am Triggern natürlich. Und der Teammate nimmt A ein. So, dann gucken wir mal, ob wir das Konterdrünchen erreichen, das ist Konterdrünchen. Das ging aber schnell. Auf jeden Fall auch Husten mit dabei. Kann ich euch nur empfehlen, mit Husten spielen, also ist man automatisch besser, ja? Und, 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 jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Meint ihr, der von da unten kommt einer? Ich glaube nicht. Hä, von wo kommen die denn dann? Nein, 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 oh! Oh mein Gott! Habe ich mich erschrocken. Ah, da liegt ja noch ein Kandidat. Nein, 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 verbiss dich, 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 verbiss dich. Scheiße, Mann, 8-0, Digga, was soll das? Mann! Auch was ein Fail, Mann! Ja, komm mit deinem Schild, Alter, ganz ehrlich. Der denkt jetzt auch, der könnte mich da auch hinten treffen, aber... Macht der nicht. Okay, jetzt gehe ich hier mal lieber aus der Schussbahn, der ist Sniper. Achso, die Ding ist schon wieder weg. Jetzt eine Double Eroberung. Bam, Junge, so muss das laufen. Liegt da noch einer. Was ist denn mit denen allen los? Ey, eigentlich voll die geilen Gegner, so, wenn die so snipen. Leitung. Piszt euch mal, ne? Oh mein Gott, hier sind viel zu viele Menschen. Das hier ist aber auch dreimal derselbe Spawn, finde ich ein bisschen frech. Der zielt schon auf mich. Ey, Mann, immer der gleiche will mich holen. Es ist doch so lächerlich, Mann. Weil ich der einzige scheiß Lappen bin, der da im Spawn rumhängt. Von meinen ganzen Drecksteams, die alle meinen, hier rumzuschneiden. Die kleinen Mistgebote, obwohl der Orbitalseite die doof ist. Mein Gott. Lächerlich. Ja, komm, schluck noch mehr. Kleine Muschi, Alter. Wo seid ihr denn alle? Ja, komm doch her, komm doch. Ich bin nix gegen. Nein, ein Noskop, Noskop, der, wenn ein Noskop, gehe ich raus. Okay, ich bleib drin. Aber auch mit da, mit, mit zwei Orbis. Meine Teammates. 1 zu 6, 0 zu 6 und 1 zu 4. Wie geht das? Wie kann man so schlecht sein? Müsste ja alles Analphabeten sein. Ey, man muss doch nur einen scheiß Controller bewegen. Lächerlich. Ja, komm her, komm, du auch noch. Bisschen Action hier. Farid Gangbänge, steige in den Panzer ein. Lass die Reifen qualmen wie im Altersheim. Hier läuft nix, Mann. Ja, geil. Der Helden-Teamate. Oh, komm, du musst glauben. Kann ich mir glauben. Ich kann es nicht glauben. Mir ist nämlich arschkalt gerade hier. Mitten im September ein T-Shirt sitzt hier rum. So eine Mist gehört. Die ich nichts besseres leisten kann. Ich kann eh ohne irgendwas zu denken Mit dem Messer bis hier drüben rennen Weil eh alle wieder da oben campen werden Und zwar zu 300% Triple kill, lächerlich Oh nein, lass mich doch noch mit einnehmen Wenn du schon einnimmst Erinnert einmal mit, macht der auch was falsch Weißt du? Typisch Ihr wollt jetzt wieder ihr campen gehen Ich weiß Dann komm ich Und wir campen euch weg Ihr Camper Komm ich mal verbunden Vielleicht haben wir da oben Neuen Camperspot entdeckt Wer weiß Ne, sie stehen jetzt lieber im Spawn rum Läuft bei denen Oh, verpiss dich doch Er sucht mich noch oder was Hä, wo ist denn sein Schild jetzt hin? Da ist der Kandidat ja wieder Hässliches Kind Der ist auch hier oben rum Die so ne Nudel Nein, 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 nicht töten Boah, hat der mich geholt, ne? Habe ich nicht gerade voll viele geholt? Müsste ich nicht eigentlich wieder ein Orbi haben langsam? Oh mein Gott Keinen Plan Schein ist der Orbi mir nicht gegönnt Ah Vielleicht ja doch Ich geh erstmal den da oben weg Jetzt wollen die mit Sicherheit gleich C einnehmen Das wird jetzt gefährlich hier Wie sie mich alle holen wollen Weil der mich jetzt gesnipet oder so, ne? Brutal, Alter Wenn ich jetzt sterbe, Mann Ihr wisst, was los ist Alter, ich hab voll wenig Zeit noch Mann Ich darf da nicht lang rennen YOLO Ich hab nicht mehr so viel Zeit Da muss ich jetzt Bleib stehen Was hab ich gerade mit meiner Zunge gemacht? Oh, rennt doch nicht alle weg, Mann Teammates hinter euch Oh Mann, ich hab keine Zeit mehr Ne, du klausst mir den Kild, du Muschi Oh mein Gott, das Auto explodiert gleich Nein, nein, nein So passiert mir das immer Eieieiei So eine Scheiße Scheiße Ficken Vergesst, was wir werden für nächstes Filmen mehr Facecam-Videos nicht Und ich würde sagen, haut rein bis zum nächsten Mal Und tschüss Und ich würde sagen, haut rein bis zum nächsten Mal